wenn ich mit meiner Freundin Filme gucke oder Serien und dann sage ich, ah, guck mal hier, der Fünftverteltakt sagt, ja und? Das interessiert die ja nicht, was für ein Takt das ist, ja. Aber ich finde geil, guck mal hier, Verfolgungsjagd, siebachteltakt oder so, ist doch Wahnsinn, das passt ja perfekt dazu. Das heißt nicht, dass ich besser Musik höre, ich höre halt auf andere Sachen und ich vergleiche das immer wie mit einem Förster, der schon ewig im Wald umherwandert. Er hat vielleicht nicht bessere Augen als ich, sondern weil er älter ist, hat er vielleicht sogar schon schlechtere, aber er hat trainiertere Augen und sieht die Eule und den Uhu da im Gebüsch sitzen oder